ok jeder geist hat jeder dieser boss geister eine bestimmte sache die man machen muss um ihn zu fangen bei ihm ist das so hier ich drehe mich um und warte und warte bis er müde wird scheiße nein remember guys man muss die glaube ich nicht flashen ist nur hilfreich jetzt habe ich dich gotcha bitch come on i suck your brains out da liegt sogar eine große perle habe ich doch noch da gesehen das ist jetzt meine meine perlen die ich bekommen habe THAT WAS AWESOME KEY so was ja ist useless fucking useless i know is awesome come to me you die i suck you in the death ok goldbar oh ein kleiner tipp nochmal für diejenigen die geldgeister suchen ihr haltet ja sonst immer b gedrückt also wenn er es so macht wie ich wenn ihr geldgeister sucht lasst am besten b los dann könnt ihr ihn nämlich gleich flashen und wenn ihr gute reflexe habt dann schnappt er ihn euch gleich ich mache hier diese walkthroughs nur damit die hier ich weiß aber das ist da das ist draußen hier wo wir eben waren auf der terrasse ich glaube das gibt noch mal geld wenn man den so schnell zum drehen bringt kann man kann man kann man kann man da da versteckt ihr also ihr geld hast du schon vorher gehabt ja ich bin schatz sucher ich suche immer gimme ok jetzt schnappen wir uns die zippe wir machen das hier auf die vorhänge we suck den vorhang auf flash zieh die heck zuvor dammit oh scheiße was wird jetzt oder und doch das wird noch was geh weg geh weg geh weg geh weg oh doch die große ja das ist ne große heftig ich dachte die bekommt man nur wenn man hier perfekt macht ja ich kann aber nicht saugen während ich klein bin ah dankeschön so aber was die bekomme ich denn hab ich was sie auch nicht hier aber vielleicht wird es bestimmt eine Energie wer weiß interessant und wir bekommen die letzte Karte für diese Stage jetzt wird's creepy jetzt kommt nämlich unser erster Bossfight oh shit das waren ja nur solche Bossgeister jetzt kommt ein richtiger Bossfight nix drinne passt mal ganz genau auf jetzt crying babies oh das ist so fies äh welchen wir mit we've got the key he's scared screw this oh ha ah ja hier ist immer mal so ein großes Herz ist immer ganz praktisch zu wissen Kinderherz äh Kinderzimmer Kinderherz Kinderherz ich mag Kinderherzen so klein und lecker als ich das erste mal gezockt habe hab ich ewig gebraucht bis ich rausgefunden hab wie ich dieses Drecksgör wachkriegen soll ich hab's hiermit versucht ich hab mir den Ball geschnappt und haha wie nett aber es ist in Wirklichkeit viel simpler einfach hier dran saugen toll man muss Lärm machen und jetzt will er mit dir spielen hallo spielst du mit mir? ja hier ja hier let's play a game of death let's play a game of death you die headshot boom headshot boom headshot du hast aua gemacht man wollt auch nur spielen großen sind alle doof und außerdem bist du größer als ich mir reicht's klein jetzt wird's schon kleiner kein klingel ga gagoo oh�로 schirch schon krank dass in uns dieses baby in einem parallel-un liksom in einem parallel-universum knallen kann wo ponys durch die gegend fliegen klarst ist man kommt sich schon ein bisschen in stabil talkin Brech das ist alles freaky eben warst du noch kleiner Hast du einen Wachstumsschub bekommen? Fruchtzwerge. Fruchtzwerge. Boah, was ist denn das Ding? Eine Rasse oder was? Übrigens, Fruchtgeister könnt ihr nicht komplett zu Anfang schnappen. Das heißt, ihr müsst immer warten. Tipp, immer schön ganz nach hinten gehen, damit ihr genug Zeit habt, vor diesen Dingern auszuweiten. Weil die werden nachher noch schneller. I do my dance. Okay, jetzt wird es schön. Jetzt müssen wir warten, gucken. Da ist er. Ein Ball geht immer los und den müsst ihr euch schnappen und in your face. Und saugen. Kannst du den jetzt perfekt machen? Nein, kann man nicht. Die lösen sich zu schnell. Ach, schade. Die kannst du nicht 100%. Also nicht hier. Now is he stopping mad. Das ist aber easy, einfach ihm hinterherlaufen. Dangerous. Ja, der folgt einem ja nicht mal, dann wäre er gefährlicher. Aber jetzt macht er das gleiche nur, wenn er eben passt. Ja. Du suck. Scared, bitch. Jetzt macht er mir seine Bello of Doom. Au. Kein Schad. Hä? Dreh mal nicht ab. You're so stupid. Ich verbiete dir Zucker. Was ein Zuckerflash, keine Skrotzgör. Oh mein Gott. Ich mag Kinder eigentlich, aber gegen dich habe ich Aggression. Verständlich. You're gone in the baby hell. Komisch, dass ich in die hell lande. Oh. Dodge. Ach, schade. Ja, die sind immer stark. Die lösen sich immer. Die Bossgeister immer. Die brauchen mehr für Sam und Dean. Oh mein Gott. Now he's hopping mad. Die Salz über, über die Larche und dann verbrennen. Dann ist der Geist weg. Ja. Come on, come on Luigi, dance. Dance with your Staubsauger. Oh, better dir. Wow. Wow. Come on. Holy shit. Oh. Loser. You're a loser, baby. So why don't you kill me? Oh. Oh yeah. No, you die. Die. I suck you. Oh no. Bitch. You bitch, baby. Boom, boom. Alter, ich brauche nicht mal beide Hände, um denen auszuweichen, ey. Das ist schon bitter. Stupid Zombie. Wee. Wee. Fuck you. Muhahaha. Ich verstehe nicht, warum ich da mal gelaufen bin. Einfach stehen bleiben in der Mitte. Weil, wenn, wenn er mit zwei... Ah, nee. Das Geile kommt ja erst noch hier, ähm... Ja? Wenn man das Spiel einmal durch hat, kann man die umgekehrte Villa spielen. Wie jetzt? Ich komme gleich dazu. Luigi win! Wow. Und das war unser erster Boss. Oh, eine große Truhe! Meine! Eww. Ja, aber wir kommen jetzt im Flur durch diese große Tür, die uns geschockt hätte. Uuuuuh. Go kick, you, E, G. Uji, hörst du mich? No. Den Hämme sei Dank, du bist okay, ich habe plötzlich die Verbindung zu dir verloren. Daher habe ich etwas besorgen, fehlt etwas Besorgen, fehlt etwas Besorgen. Ich bin in den Kampf, außerhalb, blablabla. Hey. Den Hämme sei Dank. Öfffern. Du hast mich gearbeitet. Du hast dich gearbeitet. Ja!